Ja moin Leute, hier ist eure Hanse Fishing Crew. Wir begrüßen euch heute hier auf hoher See zum Hochseeangeln quasi. Wir haben uns heute in Neustadt ein Boot gemietet für den ganzen Tag und wollen uns heute mal probieren auf Dorsch, Köhler, Pollack, was weiß ich, was alles noch kommt. Ein Hornicht haben wir schon gefangen. Ich bin zusammen mit Kevin unterwegs, meinem Großvater und meinem Vater. Und ja, falls noch was kommt, melden wir uns bei euch und zeigen euch die Fänge. Haut rein. Wir haben jetzt gerade einen Fisch im Drill. Ah, da vorne ist er. Ich hoffe, ist er größer? Hat auf jeden Fall Kraft, Alter. Ich glaube, ich werde eher müder als der Fisch. Ich spüre es schon immer. Da vorne kommt er. Das sieht nach einem guten Arsch aus. Bleib setzen Opa. Oh ja, ein schöner Dorsch. Schöner Dorsch. Halt mal. Jawoll. Piedri. Hüey. Erster Zielfisch des Tages. So. Hier Maxi, der macht noch. Kamera entgegen nehmen. Alter Schwede haben die Kraft. Ja, hier. Oh Jungs. Jetzt kommt aber ordentlich was. Sieh zu. Maxi, hier bist du nochmal. Ist noch an? Der ganze Schwarm jetzt. 50. Ja, schön. Klasse Fisch. So, einmal Wasser mit. Maxi hat hier den nächsten Dorsch im Drill. Oder doch kein Dorf? Doch. Glaube ich. Müsste dann. Oder? Nee. Hornhecht oder Makrele? Hornhecht. Oh. Oh, gerissen. Gerissen mit dem Pilger? Ja. Alter Schwede. Warte, 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 warte. Ja, jetzt. Das war scheiße. Ja, denk doch mal nach. Hör mal auf. So, das ist der zweite Hornhecht heute. Mittlerweile haben wir schon sechs Dorsche. Hör mal den Kescher weg hier. Davon zwei richtig schöne. Ja. Klasse. Hat der Fisch befallen. Schade. Maxi hat gerade einen dickeren Hornhecht im Drill. Der ist schön aus dem Wasser gesprungen. Hast du unglücklich gehakt. Der ist mir nicht abgezogen. Schnell Kescher. Kescher? Ja. Der hast du glaub ich in eine Schwanzwurzel gehakt. Kann das sein? Oh ja, der hab ich gerissen. Na dann beeil dich mal. Okay. Gut. Danke. Super. Und Petri. OOO Das war's für heute. Es ist jetzt Viertel nach vier. Wir sind heute morgen gegen 8 hier gestartet, haben insgesamt 8 Dorsche gefangen, 4 Hornhechte, einer ist noch aufgeschlitzt und einen Wittling. Für unsere erste Tour auf der Ostsee hat es Spaß gemacht und zu dem Preis wie wir das Brot bekommen haben, gerne bis zum nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und haut rein! Bis zum nächsten Mal!